Einen wunderschönen guten Tag, mein Name ist Dieter Baumann, ich stehe hier vom wunderschönen Kurhaus von Bad Bevensen und gleich geht es los zu einer ganz ungewöhnlichen Aktion, Laufen mit anschließender Lesung aus meinem Buch Laufende Gedanken. Wir werden hier eine schöne Stunde laufen, uns bewegen, ein bisschen schwitzen, vielleicht auch ein bisschen plagen, in meiner Sprache gesprochen und im Anschluss haben wir eine wunderschöne zwei Stunden Zeit, im wunderschönen Therme Bad hier uns zu entspannen und dann im Kurhaus eine Lesung aus meinem neuen Buch, Kolumnenbuch, unterschiedliche Kolumnen zum Thema Laufen natürlich, ich würde mich selber als Lebensläufer bezeichnen, für mich hat Laufen eine sehr hohe Priorität bzw. Bewegung, ich versuche tatsächlich jeden Tag zu laufen, einmal fällt es vielleicht aus, also sechsmal die Woche, 30 Minuten bis eine Stunde, mehr laufe ich nicht, für mich ist Laufen einfach abschalten, Stressabbau, wohlfühlen, so mal eine Stunde für mich haben, vielleicht auch mal mit meiner Frau streiten, wenn sie gar nicht dabei ist, das hilft auch, da ist der Konflikt dann schon ein bisschen gelöst, Laufen ist einfach wichtig für mein Lebensgefühl, für mein Wohlgefühl und ich glaube, so geht es sehr, sehr vielen Menschen.